jo leute was geht willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft staffel 2 ja in der letzten folge hatten wir ja unser bauernhäuschen dabei fertig nennt fertig er weiter gebaut und heute bauen war weiter logisch ja gut was ist das hier hallo aufsammeln okay der blog ist zurück ist und sehr real ist wieder so ein ding na komm ist uns jetzt egal kann uns auch egal sein und ja ich habe auch ein paar pns gekriegt also ein zwei stück dass das hier nicht so schön aussieht und hotf okay es ist anscheinend gerade am lecken das liegt nämlich daran ich habe nämlich ein neues spiel geholt ich habe ich halte mich am bobe ist einfach was soll das da spielen mich jetzt ärgern hier oder was na weil ich habe mir wolfenstein senior order geholt und das installiert jetzt im hintergrund dauert mit unserem internet 26 stunden weil das hat über 50 gb und das wird richtig schlimm dass hier das wird richtig schlimm leute und all darum stellen die helligkeit immer runter dieser scheiß pc hier und warum sammle ich gerade nichts auf leute was ist mit minecraft los hat das irgendwie ein schuss oder was aufnahmen läuft aber doch hier was ab da kommt einfach nichts raus what the fuck ich bin gerade irgendwie verwirrt irgendwie irgendwie was wo irgendwie was weiß ich hallo what the fuck ja ich würde gerne weiterbauen dass ich den menschen eins hinsetze gut ist doch gar kein ton da doch am alter ich würde mich verarschen oder was what the fuck kann mich vielleicht gerade jemand schlagen was ist das jetzt geht's wieder alter was war das grad für ein fail da hat alter ich habe keine worte mehr für das spiel das spiel das ärgert mich und wir machen einfach mal ein das texture pack rein weil gott vielleicht liegt es auch daran wir machen einfach mal können wir machen faithful leute das sieht doch schon besser aus also mir gefällt es so besser mit faithful geht wieder geht wieder leute es geht wieder was war das gerade für ein mega fail wenn es wenn ihr es will wenn ihr es wisst er bitte in die kommentare schreiben also das war ja das war ja creepy war das ja gerade das war ja ein halber horror film was alter es war gerade richtig scary irgendwie das minecraft da gerade gemacht hat wieder fünf minuten unnütze aufnahmezeit so 47 stein das dürfte reichen und jetzt nehme ich auch wieder in 1080p auf hoffe es geht diesmal also das sind was lange da zum hochland brauche und hier so gut natürlich wenn ihr texture packs haben wollen die besser sind als die die ich habe natürlich schleichen die kommentare schreiben ich installiere sie dann für die nächsten folgen dann und ja gut war das gerade ich habe gerade gut gesagt er hat unten am fenster weil ich habe das fenster gekippt hat jemand gesagt gut lol ok ja sehr helle so ganz einfach geht das hier ich meine es ist ja ein kleiner fortschritt für uns ein kleiner fortschritt für die menschheit aber ein großer schritt für uns hier ein neues riesen projekt zu machen hier dieses bauernhaus man es gibt so nett was hat das gerade für einen krach ich hoffe man hört es ja in der aufnahme so langsam nimmt es ja schon gestalt an so 0 gut gehen wir runter unser dings hier holen ok so jetzt geht auch wieder alles richtig wie wir sehen können hoffe es zumindest dass alles wieder richtig geht oh minecraft was tust du mir nur an also das gibt es doch nicht was ist das für ja und ich habe auch eben keine gaming ausrüstung gefunden im geschäft ja deswegen nehme jetzt immer noch mit der alten dings hier auf also ich weiß nicht wie man mit einer tastatur aufnehmen kann ja ist ja helle von mir wie man mit einer tastatur aufnehmen kann ja deswegen die hatten nur die die ähm für 200 euro aber so viel geld hatte ich es leider nicht dabei hätte ich mir geholt aber naja hat leider nicht dafür zu viel dabei und die sparkasse hatte irgendwie geschlossen und ja deswegen habe ich auch keine chancen irgendwie an mein sparbuch anzukommen beziehungsweise das kondo so nein megaffe nervt mich nicht genau ein stack wie geil so das haben wir doch jetzt wieder 40 stück hier und ja bald ist ja auch schaffel 2 wieder vorbei wir sind jetzt bei folge folge 34 oder 35 schrift das jetzt ein schweiß nicht mehr so genau und ja ne 34 die letzte folge war die schnappszahl folge und ja ach gott 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 oh gott im himmel was ist das hier nur für ach mein maus ich hab mein maus pad vergessen unterzulegen deswegen rutscht das hier so weg so ja gut und da ja heute unsere verbindung gut ist aber ich weiß nicht im hochland weil wolfenstein ja schon installiert das frisst den meisten das hat jetzt glaube ich 1000 kbs frisst das jetzt und jo jetzt kommen wir noch mal zurück an unser bett in der nächsten folge machen wir auch mal dings hier rein fenster aber es nimmt schon gestalt an das bauernhäuschen es nimmt schon gestalt an und ja ist so wie es jetzt eisigen bestimmt besser gefallen mir hat es anders besser gefallen aber das jetzt bleibt ja nach der community gestaltet so gesagt und in diesen 33 folgen habe ich schon ein bisschen was gut gebaut hier kommt natürlich noch viel viel mehr gut ähm jetzt wollen wir erst noch hier alles mal hier rein so das eisen machen wir auch rein die steine die kommt in die steine kiste das kommt in die dreckkiste die dreckkiste so dass die schöne dreckkiste hier das nein blöde dreckkiste gut die achs behalten war die ist eh bald kaputt brot lassen wir auch im inventar der sand kommt hier rein sand hatten wir gar keinen mehr wie es aussieht zur verfügung und wir sortieren auch demnächst mal alles hier so das kommt hier schön rein und jo gut hier ist sonst nichts mehr drin ne hier ist noch der notausgang und ja gut dann würde ich sagen an dieser stelle ich verabschiede mich von dieser folge minecraft staffel 2 und ja lasst eine bewertung da ähm und wie immer seid ehrlich in der bewerbung äh bewerbung oh gott bewertung und ja ähm ich würde sagen ich bin jetzt hier raus und ihr haut wie immer fleißig rein bis zum nächsten mal tschau euer oh ja ähm bis zum nächsten mal tschau euer sashi lp und noch einen schönen abend tschau